Hallo, hier ist wieder euer GermanSKLP. Erstmal muss ich den Sound leiser machen, das ist sehr wichtig. Ah, ah, warte, warte, warte. So, das ist das Spiel Labyrinth. Ja, und ich geh zurück auf die 60 FPS Zahl, Junge. Ich hab keinen Bock, dass ich's mit 30 FPS zu zogen. Ey, Junge, ich... Kamila, Kamila. Naja, egal. Ähm, man sieht so... Eigentlich wär's cool, ich mag's, das Spiel. Aber ich versteh nicht, was man da machen muss, aber Schiss drauf. Ich renne einfach los. Ich versuche, die meisten Sachen zu machen. Wo kommt das her, Alter? Alter! Äh, äh... Pumps, das ist leckerlich. Von so ner Krüppelfigur, von so ner Krüppelfigur soll ich weglaufen? Mann. Ich sollte mir das vielleicht durchlesen, wenn ich hier fertig bin. Soll ich mir das vielleicht meine Aufnahme durchlesen. Ich werde langsam gestört, ge-gestört, ge-gestört, ge-gestört. Der David wird so gestört, so gestört war er nie. Ich werde mich bewerben. Ich werde mich nicht zu иск wherever empfehlen. Aber hier ist einer Tod und her ist ein Tuk. Anyways, wenn du durch vídeo- Jesus ist automatisch nicht so großartig. Ich führe zu mir zu mühü Анgen. Is der Zeit einfach nicht... Ich äranke mich als stark so... Ichheitsberate schleş Stof und 산 die ne adapter. Naja selber, ich bin ich falsche Natur. denn ich dachte es kommt irgendwas aus dem Loch weiter und die Glocke aussozial Noor die ich diesmal nach links das ist das Was ist das für ein Grafikplatz? Achso, nein. Genau das gleiche denke ich auch so. Das ist ein bisschen hell gemachtes Spiel. Das ist schon mal ein paar. Ja ist schon Alter. I fic tsch. Hallo Ganzel. Ja, Hallo ganzel, satt. Mann. Nein. Nein. Du sagst jetzt Hallo RTL. Ich sag Tschüss, du kleiner Kalache. Ha. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ne, ne. Ne, ich muss ja nicht weg oder so. Ich hab nix gesagt, dass sie wenigstens auch noch so dumm sind, wie sie hören können. Oh, mein Kucko, Alter, 30 Prozent. Ich hab nix gesagt. Hallo. Mein Bildschirm dreht rassig richtig durch. Ich spüre so ne Vibration. Ich glaube, die konnte man eben gerade auch an der Fackel sehen. Alter. Der schon wieder. Hallo RTL. Ja, hallo RTL. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Kein Ambe. Schüppdübidü. Wieder ins Dunkle. Man kann kaum was... Aua. Puh, man. Mein Knüchel. Weg. 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 Pesslichkeit. Mensch, Mensch, Mensch. Heute mal in den Schuh. Dann bist du Sportmarathon mit den coolen Geilen Monstars. Einfach mal. Weg어요. Weg. Weg. So. Die werden alle genau so wie ich. Hauptsache der hat das Herzschlag. Zeug. Übertrieben. Facket. Yolo. Aufwärmig. Sasser. Ja manchmal müssen wir halt trotzdem schlechter Laune des Plays machen. Aber. Schockt. 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 Er kommt noch kaum klar hier wie der sich umguckt. Ich glaube der kippt gleich um. Einfach laufen. Das hilft sicherlich. Guck dich doch nicht so um. Ja. 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 Was auch immer. Ich mach jetzt einfach mal die... Die Tasse da war kaputt. Warum geht das nicht? Ich kann keine Lampe mehr anlaufen. Egal, egal, muss ich halt so im Gumpel weiterspielen. Sowieso, wenn die Monster mich nicht mehr sehen. Besser, mein ich. Sowieso besser. Der dreht ja voll ab, gerade. Kipp doch um, Alter. Wasch mit dir los. Waschbär. Ja, wenn ich so wenig rede, das ist normal. Ja, wasch. Auch so zu atmen. Du bist nur 250 Kilometer mit 300 kmh gegangen hier. Was ist das noch schon mal? Hä? 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 Was war das, Alter? Was war das, Alter? Das war das wohl nicht. Da war das was, ich hab ich... zu erschienen. dann bin ich irgendwie von mir gerade voll scheiße vor ich bin euer JumsGLP das war Labyrinth ja na ok das war Labyrinth von euer JumsGLP bis zum nächsten Mal ciao